Ja, hallo, willkommen, mein Name ist AniroHippie und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge haben wir die Level ein bisschen kaputt gemacht und mussten sie deswegen neu starten. Siehe Part 5. Okay, so kann man auch ein paar beginnen, ne? Ja, wenn ihr jetzt mal was passiert ist, dann guckt ihr jetzt eine Folge von an. Bläh, sagt man nicht so faul. So, okay, wir sind immer noch hier. Stage 3. Und irgendwo hier drunter ist ein Schalter, den wir mit Skiff aktivieren können. Aber irgendwie können wir hier nicht aktivieren. Und hinten habe ich auch schon wieder ganz viele Butch, Butch, Teleporter und so gefunden. Also hoffentlich kommen wir da irgendwann mal hin. Ma. Danke. Au. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe die ehrlich nicht gesehen. Der sich so ein bisschen noch so bewegt. Und dann... Boah, bist du blöd. Und dann ist sie einfach losgegangen. Das war ein Unfall. Ich habe ja immer irgendwie geschlagen, ob es genug da nicht irgendwie was geheim ist. Das ist keiner. Wo schon geil so ein fernsteuerbares, fernsteuerbares Schwert. Scheiße. Ey. Das war deine Stadt hier treffen. Bin ich ja richtig? Ich hoffe ja nicht. Oh, geil. So. Ich finde es schön. War dein Text. Dann habe ich drei Thronen oder so gefunden von Neuen. Sag mal, wenig. Au. Ey. Genau da drinnen gelandet. okay habe ich nicht wo mein not jetzt ist ich dachte wie ich habe einen moment gedacht ich will in irgend so eine giftigen grütze oder so gelandet keine ob ich da oben irgendwas übersehen habe aber ich jetzt erst mal weiter oder sehe ich wieder was schönes lasse mich da rein also dafür mache ich mir so schwierig mache ich alles kaputt das ist schon gewöhnlich einfach mal so schön sich einfach irgendwo hinlegen sehr gut da gibt mir das ding hier spaß beiseite jawohl ist aber gut aus ich habe auch gemacht ob ja mein gott wird meine zerstörungskraft überlebt wie kannst du es wagen dass mich da rein jetzt redet schon wieder durch das ding kaputt ja sehr gut machst du das ja gut danke jetzt genau warum geht das nicht kaputt irgendwie oben was machen bestimmt in der nähe ja hier war ich schon dann weiter eben durch weinen dann diese truhe einfach vorbeilaufen wahrscheinlich schon voll viele übersehen da wird was war das so kommt mal her was okay cool sehr schön wenn er mal mehr gegner gewesen wären wir bestimmt auch auch schon mal da gewesen wie so satz hey wo kommt ihr immer her und ich war ein was nichts gehört in den linden 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 die verstärkung ist mal gegen so einen typen da hinten ist eine tolle ja oh du bist da hinten sehe ich gerade ich habe mal gar nicht nett warte mal hey au hey willst du ich habe ein schild ich habe es auf einer rakete rausgeschossen und schießt den typen ab hey da unten ist die truhe jetzt frei hat so war schon irgendwie voll frei keine ahnung und das spiel kaputt habe ich so ein gefühl es wird ja auch neugierig bei die anderen waffen alle machen ich habe ja jetzt wieder ein bisschen asche neu gewaffe können wir uns auch mal leider ein rechtes links schwert hat der kit doppelt so schnell und hat eine höhere reichweite jetzt hat er irgendwie einen anderen angriff ich glaube das schwert hat auch irgendwie den namen bin ich mir jetzt aber nicht sicher jetzt komme ich mit dem ich war heute jetzt warte ich komme ich jetzt darüber verdammt das ist eine truhe mein gott hier sind voll einfache truhen doch warum nicht keine ahnung wie kann sie in der schräge wahrscheinlich nicht absteigen ich meine das ist ein schwerterdorf gegner werfen kann es mehr oder weniger hier so zum beispiel sehr schön ich finde das ist sehr schön ich finde das ist sehr schön da links haben wir was ich weiß es aber immer nicht von der andere teleporter war wie ich bin leicht tot krass digga ein chef bin ich nicht jetzt hier was ich muss immer weiter gucken was da noch ist was sie mir zum beispiel da ist gar nichts okay kann ich nicht verdammt ich gehe mal da automatisch ein anscheinend was da oben noch da komme ich nicht so ich weiß aber noch nicht wie ich zum anderen teleporter da ganz vorne komme in dieser level so ein ich habe die gegner werden irgendwann ein bisschen stärker weil bis jetzt die folge lacht nummer bei einer völlig schöne aussicht von ihr okay praktisch ich glaube hier muss ich hinten eine oder jetzt automatisch weiter das wäre nur so kurze zeit das dinge glaube ich jedenfalls so hin okay damit da oben gehen kann oder wie da muss ich auch wahrscheinlich dein also gehen wir erstmal woanders logische schlussfolgerung noch auch okay der ist tot und dann rauch so guck mal her gleicher angriff okay wo kommt denn her sonst ist das wagen ja ja gut nehme ich bock wo sind daten ist okay da habe ich auch noch nicht alle eine habe ich verpasst in der zweiten level glaube ich so ein dreck ich glaube man kann man irgendwie ein kostüm freischalten oder so wenn man alle hat wo kommen die mal her muss töten gibt mir zwar nur so zehn dinge aber trotzdem durch töten ihr seid da existiert mehreren gegnern habe ich gesagt er 2 jetzt wo bist du das kubidu gefunden sehr schön zum skift teil dingen kirchen ich bin ich bin immer direkt vor oder hinter mir auftauchen da bist du ja so bock 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 trappe schock bock fährt so ein kleines fliegenes ding fliegende schwert ganz mädel ist nirgendwo was da ist okay weiter wir können so im zirkus auftreten oder der folge ich gut hatte ich ja so geschildet sind von 10 nix ausmachen bewegen sich auch noch ja jetzt kann ich wieder auf springen kann ich noch mal springen was soll jetzt kann ich hilfe dass ich da drauf hier geblieben kommt wieder her sehr gut ich glaube ich soll mich nicht von euch treffen lassen nein ich bin tot wie ich bin tot mein reitfeld ist auch ich dachte wir sind ja noch bei diesen braven wie ich an wo sie wort auf dem mund ja ich auf hat man jetzt nicht die verkehrsregel von hallo was weiß ich für dieser ordnung ist immer mit hallo glaube ich nicht weg ich rufe schummelt besser wird beim letzten ausgegangen ist hier sind so viele leben die ich geschützt muss meins a skips nutz oder nähert hat irgendeinen namen habe ich vergessen das schwert hat schon irgendwie ein leben das kann bestimmt aussprechen oder singen oder was weiß ich ich muss nicht in jeder einzelne mini reinlaufen lasst mich auf den traum so ein dreck ich rede einfach ich rede ich rede ich rede ich rede ich rede weiter machen wir noch mal weiter weil das war alles natürlich nur gespielt das war natürlich nicht echt das war alles so im sinn der unterhaltung bei meiner sagen wir die dinger wieder aufstellt die min wieder platziert das ja voll der fisch ich bin ziemlich sicher nutz haben in der regel vorrat wenn sie von links kommen so ich mache eine miene nicht kaputt gehauen so war knapp baukartallpunkt geil ich fühle mich hier sicher kann man hoch sag ich doch ich glaube ich habe einen arm hier wie töte ihn box verdammt box du hast mich enttäuscht auch auf das wagen habe ich hierhin getan nur ein paar von deinen leuten getötet Was haben wir hier unten?! Eine Truhe! Nur eine Truhe! Nur! Aua! So! Welche Truhen habe ich denn schon? Nur so... Acht! Und eine habe ich wahrscheinlich verpasst. Das war die von ganz Anfang an, ne? Da war bestimmt irgendwo eine. Und da hinten ist eine. Hast du eine Daten-Disk? Hier sieht aber schön aus. Ey! Jetzt muss ich meinen Fisch noch hier rüberholen. Du! Ja genau du, komm her! Was? So! Aua! Aua! Hilfe! Warte mal... Uu, dsch, 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 Dsch... Zack, so eine Truhe hätte ich noch gerne. Aber irgendwas habe ich verpasst, ganz am Anfang... irgendwas habe ich auf jeden fall verpasst was ist hier dann nicht gesehen kipps macht nur mal alles klar ich habe die stage hier noch diesen part wir haben so 21 minuten ja sehr toll kaputt das ist noch was sehr schön hier kann man auch schon mal kaputt machen kontrollpunkt ich bin hier jetzt bin ich da okay hier war irgendwo ein goldfisch glaube ich ich habe Hunger nur ein goldfisch verdammt ich brauche eine truhe wo bin ich denn jetzt her da ist die truhe wir haben alle trugen geschafft alle trugen gefunden warte mal jetzt einten wir mal wo bin ich denn jetzt was wo bin ich haurus tis was okay da war ich mir nicht probiert da muss ich noch mal abgehen hier so hat es man sich hier im vollmöhre reinspringen doch vollmöhre reinspringen jetzt ganz nach links zack okay von meinem plop schutz hier abgelegt warum mache ich so was ist er irgendwie voll krank na da kann man nur okay na gut tschuldigung man muss ja gucken hallo jetzt können wir ruhig die lande beenden perfekt ich hasse sie was kommt okay da würde ich aber sagen die machen wir in der nächsten folge von let's play blade kitten ich bedanke mich aller herzlich fürs zuschauen sage tschüss bis zur nächsten folge ja 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 sssocia da das